Wir haben unsere jordanischen Freunde kräftig zugange. Die Royal Jordanian Falcons holen ihr Arbeitsgerät aus der Halle. Freuen Sie sich auf absolut perfekte Hälfte der nächsten Stunde. Und wieder mit dieser Hälfte. Und wieder mit der Schriftstelle. Und wieder mit der Schriftstelle. Und wieder mit der Schriftstelle. Genügend. Jetzt den Bugeneffekt hart aufhören. Und dann Start direkt ins Display. Alarm Base. Und jetzt schauen wir uns mal die Wendigkeit von diesem Flugzeug an. Die Spannweide beträgt etwas über 12 Meter. Die Länge knapp 13 Meter und 4,80 Meter. Das Flugzeug fängt im Jahr 1965 statt. Und diese Bronco ist eine von insgesamt 380 gebauten. Kommt aus dem Jahr 1969. Ja, recht eigenwillig diese Konstruktion mit dem Doppelleitwerksträger. Und es geht auch Inverted. So, Triebwerke, maximale Leistung. Zum schnellen Vorbeifahren. Jetzt. Und weil es Spaß macht, bleiben wir einfach im Queren oder drinnen. Dann dreht sie sich einmal um die Länge, sagst du. Ja. Und jetzt. North American OV-10 Bronco. Alarm Base. und dann. V-11 Bronco. Und jetzt. Flügel. V-11 Bronco. B-10 Bronco. W-11 Bronco. Und jetzt. Das ist so. So, wir wiegen sie sie zurück. Das ist die Russa, die französische Konstruktion aus den vierten 50er Jahren. Als Verbitterungs- und Transportpflichtzeug der Kategorie, die 458...